Neuer Zoff zwischen Prinz Harry, seiner Frau Herzogin Meghan und den Royals. Diesmal sorgt offenbar ein Spitzname im britischen Königshaus für Unmut. Das hat ein Insider nun gegenüber The Daily Beast enthüllt. Demnach soll Prinz William sauer sein, dass die Sussexes seine Ehefrau Prinzessin Kate nicht mit ihrem vollen Namen Catherine ansprachen. Und das, selbst als sie ihr nach ihrer Krebsdiagnose Genesungswünsche zusandten. Stattdessen sollen Harry und Meghan die 42-Jährige Kate nennen. Dieser Name wird jedoch eher von der Öffentlichkeit verwendet und nicht von Personen aus ihrem engsten Kreis. Der Insider erklärte, William stört sich daran, wenn man Catherine Kate nennt, denn sie hat darum gebeten, Catherine genannt zu werden. Es ist ein ziemlich einfacher Wunsch, den man respektieren sollte.